servus leute heute gibt es ein unboxing video von officejet pro 8620 drucker all in one gerät von hp was erwartet uns denn wenn wir die kiste aufmachen mit messer aufpassen dass man nicht zu tief rein fährt manche hersteller haben schon nicht so ganz raus gefunden wie man sagen richtig verpackt und wie man es hier sehen kann wäre ich zu weit runter gegangen hätte es passieren können dass ich eine der wichtigen anleitungen jetzt haben wir das gerät selber mal aufgemacht was bringt uns sofort ins auge eine art installation einleitung nach dem motto wie stecke ich ihn an auf was muss ich achten wann sehe ich dass mein gerät läuft und die erste installation in unserem fall natürlich alles auf deutsch aber das wollen wir jetzt erstmal überspringen dann was haben wir hier hier haben wir handelsüblich ein fakt also ja ein kabel für den ja fürs fax also hier haben wir dann das fax kabel falls wir noch in dem zeitalter leben dass man sowas wie fax empfängt hier haben wir den kaltstrom stecker zweipolig hier haben wir noch weitere garantie abwicklungen und sonstiges von hp und hier haben wir die installations cd um die treiber zu installieren also jetzt auch nichts berauschendes vor allem kann man sich auch den treiber locker im internet runterladen nämlich sogar der treiber automatisch von einem windows system erkannt wird wie es bei apple ausschaut sprich bei macintosh weiß ich nicht wie es ausschaut gut und jetzt kommen wir zum eigentlichen gerät selber dann was haben wir dann hier feines das scheint der duplex einschub zu sein dann geht es weiter was haben wir dann hier hier haben wir schon mal das erste patronen set was mitgeliefert wurde kann man gut einsetzen leicht zum einbau zeigen wir dann nachher noch und jetzt jetzt kommt es zum eigentlichen gerät schön verpackt und die farbe ist schwarz so hier haben wir jetzt das gerät ausgepackt hier können wir noch mal lesen hp office chat pro 8620 wofür kann man gebrauchen zum ausdrucken faxen scannen kopieren und ist natürlich online fähig sprich ich kann über wlan oder über lan auf ihn zugreifen wie wir vorhin schon festgestellt haben wie wir schon gesagt haben die farbe des geräts ist schwarz wobei ich sagen muss mir kommt dieser farb dann eher nach anderer zit vor aber das ist wieder so eine streitfrage die technologie was steckt hinter diesem gerät ist ein wie schon vorher gesagt multifunktionsgerät mit tinte und fax funktion das druckverfahren ist ein thermischer hp tintenstrahldruck also es handelt sich um einen tintenstrahldruck und nicht um einen laserdrucker demzufolge haben wir auch eine geschwindigkeit dass er 21 seiten pro minute schafft im din a4 format vorausgesetzt ist es schwarz weiß din a4 format in farbe kriegt er 16,5 seiten pro minute hin und wie schaut es mit der schärfe aus also mit der auflösung schwarz bekommt er eine auflösung hin von 1200 x 1200 dpi und in farbe von 4800 x 1200 dpi welche papierformate werden in größten stile unterstützt das sind din a4 din a5 din a6 b5 b6 c5 c6 und d l also din lang bedruckbare medien sind es standard normalpapier folie glanzpapier man könnte sogar t-shirt folie bedrucken und karton auch besitzt dieses gerät eine duplex einheit ja auf der rückseite die haben wir vorhin schon eingebaut und zuvor auch aus der schachtel rausgeholt wir haben euch jetzt nur nicht gezeigt wie man sie einbaut weil das echt kinderleicht ist in wie weit schaut denn bei diesem gerät die leistungsklasse aus sprich seiten pro monat da redet man von ungefähr 1500 die kopierfunktion wie schaut es beim kopieren mit der geschwindigkeit aus von schwarz weiß seiten können wir von 34 seiten pro minute sprechen wie auch bei farbe die einzugskapazität beruft sich auf 50 seiten der zoom bereich habe ich einen vorgegebenen bereich von 25 bis 400 prozent dann maximale kopien 99 dieses gerät um mal ein bisschen genauer auf die scan funktion einzugehen man kann über das flachbett einscannen sprich über diesen teil einfach das papier mit der beschrifteten seite nach unten legen und man kann scannen dann natürlich auch über den einzug sprich es wird oben eingezogen fertig und die dritte möglichkeit wäre natürlich noch die duplex einheit darüber kann ich auch scannen also was heißt darüber kann ich auch scannen ich kann duplex scannen also doppelseite ich muss nicht jedes mal das blatt wechseln die fax funktion hat eine geschwindigkeit von 33,6 kilobit pro sekunde aufpassen kilobit nicht byte wir haben auf dieser seite hier haben wir ein einen touch display ob der jetzt multi touch ist oder single touch weiß ich nicht das werden wir gleich rausfinden und er hat eine bildschirmdiagonale von 6,75 cm das sind pi mal daumen ja zweieinhalb zoll schätze ich jetzt mal so was in dem dreh installierte speicher sind 128 megabyte das ist höchstwahrscheinlich wirklich nur für die software selber und für ein paar kleinigkeiten dass er weiß wann er was wo drucken soll oder scannen soll auf der rückseite des druckers das zeige ich euch jetzt nicht das seht ihr dann selber befinden sich ein paar schnittstellen einmal der usb 2.0 einmal der rj 11 rj 45 und natürlich ein wlan der ist nicht auf der rückseite aber allgemein wir haben eine wlan schnittstelle sozusagen was für fächer sind vorhanden ich habe ein papierfach da habe ich ein volumen von 250 blatt in der ausgabe habe ich einfach für 150 blatt und es gibt auch ein einzelblatteinzug also der hier oben wie schaut es denn jetzt mit der effizienz gerade aus was verbraucht denn das gerät eigentlich wenn ich es dann mal im betrieb habe im betrieb bedeutet verbraucht 35 watt das ist eigentlich für den drucker ziemlich okay und im standby modus verbraucht 6,8 watt kann man eigentlich auch mit leben also würde ich jetzt mal sagen ist okay kompatibel ist das gerät so den eigentlich allen microsoft betriebssystemen ab windows vista und sogar windows xp wird unterstützt aber windows xp würde ich jetzt mal nicht mehr als nicht mal ansatzweise noch neuwertig bezeichnen da microsoft auch die unterstützung eingestellt hat außerdem werden alle mac os betriebssysteme unterstützt ab mac os 10 wie schaut es mit den abmessungen aus falls man das im video nicht so genau sehen kann also ich spreche jetzt von breite mal höhe mal tiefe breit ist das gerät 49,9 zentimeter hoch ist das gerät 31,4 zentimeter und tief ist das gerät 46,9 zentimeter gewicht hat es knapp 13 kilo und was ist das besondere an diesem drucker es hat er hat spezielle drucker patronen die habt ihr jetzt vielleicht schon vorhin mitbekommen oder gesehen besser gesagt sie befinden sich hier hier sehen wir es auch noch mal hier haben wir jetzt die vier drucke patronen noch zusammen geschnürt und da zeige ich euch jetzt wie man sie einbaut sofort aber jetzt erst mal dem gerät ein bisschen strom man gebe dem gerät strom jetzt müsste sich eigentlich was tun schalten wir es mal hier unten links an das display geht an das ist schon mal ein gutes zeichen jetzt wird ein benutzer menü geladen gehe ich mal davon aus das schätze ich jetzt einfach mal jetzt hat sich endlich geladen jetzt haben wir hier eine sprachauswahl wir befinden und wir sprechen hier auf deutsch also wählen wir jetzt einfach mal die deutsche sprache aus deutsch wurde als bevorzugte sprache ausgewählt weiter ist gleich bestätigen wir gehen auf weiter landregion wir befinden uns in deutschland weiter weiter ist gleich drucker einrichten und mit dem netzwerk verbinden demo anzeigen auf dem drucker verfügbare funktionen anzeigen naja wir wollen jetzt mal weiter und das gerät weiter einrichten äh datum heute haben wir den dritten juni 2015 das stimmt die uhrzeit stimmt nicht ganz wir sollten jetzt 22 uhr 07 haben wir haben jetzt schon 23 uhr etwas spät ich weiß aber man kann nichts machen 23 uhr 8 und man sieht schon jetzt wird das gerät initialisiert und eingerichtet die duplex einheit ist schon angebracht von uns weiter jetzt kommt zur drucker ein zum einsetzen der drucker patronen also öffnen wir das gerät hier an der seite jetzt sehen wir hier links dass die druckereinheit schon rausgefahren ist also sehr leicht einsetzbar ist das ist nur die frage wie wir vorgehen wollen wir arbeiten uns habe ich jetzt beschlossen von links nach rechts das heißt wir fangen mit magenta an das gleiche jetzt auch mit der blauen patrone rechts daneben fertig jetzt als nächstes kommt jetzt gelb ist drin und als allerletztes kommt die etwas festere und dickere patrone schwarz leicht rein gedrückt gut das gerät schließen er hat alle patronen erkannt er hat auch schon gecheckt dass es die originalen tinten patronen sind also gehen wir mal auf ok papier in die zufuhr einlegen jetzt sollte mein kameramann kurz papier holen für die zufuhr haben wir unten den ein papier einschub geöffnet und werden ein bisschen dina 4 papier einlegen vorausgesetzt ich stelle mich nicht zu dumm dafür an hier haben wir noch mit einer feder versehen einen einzug damit auch nicht falsches papier eingelegt werden kann hier an den seiten hat man auch noch mit einer feder versehen den einschub damit man ja die breite des papiers anpassen kann im moment in meinen augen schaut es so aus dass das so passend ist also hier sehen wir den einschub kurz drücken dann können wir die breite verändern wir haben es jetzt hier angepasst auf dina 4 und dann fahren wir den einschub wieder in das gerät selber ein warten kurz bis der kameramann nach oben geschwenkt hat jetzt sehen wir auch wieder was auf dem display und wir gehen auf weiter jetzt wird der drucker vorbereitet und es geht alles in die luft hier haben wir noch eine zusätzliche papier ausgabe wenn wir sie weit genug raus ziehen öffnet sich automatisch der papier stopper und das papier kann somit auch nicht mehr auf den boden fallen oder je nachdem wo der drucker steht irgendwo verschwinden im moment wird auch der drucker kalibriert und es wir haben eine restzeit von drei minuten und er befindet sich bei 25 prozent also nur zur info dass ihr seht dass wir euch nicht betrogen haben aus welchen gründen auch immer wurden zwei blätter eingezogen und da hat es die drucker kalibrierung durchgeführt als beweis hier hinten haben wir nur weiß ob das jetzt usus ist oder nicht kann ich euch leider nicht beantworten in meinen augen schaut es nicht aus dass es normal sei aber schauen wir mal wie es bei zukünftigen druckvergängen ausschaut jetzt möchte das gerät natürlich noch dass wir die druckersoftware installieren aber das sollte sich auch als so leicht darstellen dass wir das glaube ich nicht zeigen müssen sollte doch jemand wünschen dass wir es zeigen sollen einfach einen kommentar unten hinterlassen wir melden uns dann bei euch jetzt bedankt sich noch hp bei uns dass wir ein hp gerät gekauft haben und sie finden es ganz toll jetzt wollen wir euch noch schnell zeigen wie das funktioniert mit der einwahl in ein wlan netzwerk also gehe ich jetzt mal ganz einfach davon aus dass ich hier auf das wlan zeichen gehen soll er sagt wir sind mit nichts verbunden dann sage ich möchte in die einstellungen in die wireless einstellungen wireless scheint aktiviert zu sein dann gehen wir mal auf den wireless einrichtungs assistenten haben kurz geduld drücken drücken nicht auf das rote x auf der linken und drin seite ok dann nehmen wir jetzt mal unser wlan her den reparaturmann wir wollen unser passwort eingeben und unser passwort verrate ich euch jetzt nicht also wird da ein schwarzer balken rübergelegt allein aus sicherheitsgründen und jetzt müsste eine verbindung mit dem wlan eingerichtet werden kurz warten wir scheinen verbunden zu sein ich denke alle ich sehe die 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 das die die Untertitelung des ZDF, 2020